Zu einem, ähm, ja, ein unlogisches Ding in, ja, in einer App, weil, guckt euch dieses Bild mal an. BF Grenze Agent Mr. Seven. Das ist, ähm, von Peace, Band 22. Ja, der gehört zu den Mr. Seven. Ja, ich zeig euch jetzt mal was. Ähm, da. Kommt's gleich, da. Und Peace, ja. Ähm, hier. Die Seite aber... Die Seite aber... Und... die Seite aber nicht. Oh mein... Pika... ... 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 Irgendwo war das. Auf jeden Fall ist das so ein Bild. Wo? Mr. Seven einfach so gemalt wurde mit einem Schwert. Da steht der, der von Zorro gekillt wurde. Ja, wo ist das? Dr. Cocktail. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1.